Herzlich Willkommen bei Lebenselixier Musik. Wir versuchen heute ein Musikstück im Akkordeon ohne Noten. Und wir fangen gleich mit Beethoven an. Die meisten kennen es, Freude schöner Götterpunkten. Freude hat ja auch ganz viel mit Lebenselixier zu tun. Es ist auch die Europa-Hymne geworden und wir legen die Hand so, dass der Daumen auf dem Zeh ist und der Mittelfinger liegt dann am E und dieses E ist der erste Ton des Stückes. Es geht dann los. So, jetzt versuche mal die Melodie zu finden. Also los geht's bei mir. Viel Erfolg! Hast du es gefunden? Gut, dann probieren wir es jetzt einmal gemeinsam. Ja, das war der Teil 1 vom A-Teil. Und der Teil 2, der geht dann genauso, fängt genauso wieder an, aber am Schluss ist dann ein bisschen anders. Also da, 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 da. Achtung, jetzt ist es anders. Da, 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 da. Probier es zu finden. Gut, dann machen wir jetzt den zweiten Teil gemeinsam, wieder beim E beginnen. Und... Sehr gut. Und jetzt Teil 1 und Teil 2 gemeinsam. Oh. Prima. Achte auch beim Balkzug, dass du einen gleichmäßigen Balkzug hast, also dass Teil 1 immer auseinanderziehen und Teil 2, wenn es sich mit einer Akkorde hinausgeht, im Zusammendrücken geschieht. Kommen wir jetzt zur Begleitung dieses ersten Teils. Wir spielen das Stück in C-Dur und es wird nur mit C- und G-Akkorden begleitet. Das ist also relativ einfach zu begleiten. Es ist ein Viervierteltakt. Wir werden zuerst in einer Zweierbegleitung beginnen, weil es einfacher ist. Das heißt Grundpass, Akkordpass, Grundpass, Akkordpass, also in C-Dur. Eins, zwei, drei, vier und G-Dur. Eins, zwei, drei, vier. Wieder C-Dur. Eins, zwei, drei, vier. Also immer abwechseln C und G. Probieren wir es einmal gemeinsam. Wir beginnen mit C. Und da-da-da-da. Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da, da-da, 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 da-da da, da da-da. Beim letzten Takt des Stückes, dieses Teils, müssen wir allerdings schon früher wechseln, da haben wir nur vom G, haben wir nur einmal da, da und dann gleich hinunter auf C, gleich ist es dir aufgefallen. Gut, probiere es noch einmal ein bisschen alleine. Gut, und dann sind wir soweit, wir setzen zusammen, rechte Hand Melodie und linke Hand Begleitung. Gratuliere! Wir haben also den Teil A-Teil des Stücks, Freude Schöner Götter Funken, geschafft, mit beiden Enden. Ja, vielleicht auch noch beim Balkzug, regelmäßiger Balkzug, wäre es jetzt, glaube ich, sinnvoll, dass wir immer zwei Takte auseinanderziehen, zwei Takte zusammenziehen, zwei Takte auseinanderziehen, zwei Takte zusammenziehen. Ja, und dann schauen wir uns den B-Teil an. Den B-Teil beginnen wir mit dem zweiten Finger am D. Es fangt an. Am Schluss dieser tiefe Ton, da helfe ich gleich, das ist ein tiefes G. Ja, also versuch, ob du die Melodie finden kannst. Viel Erfolg! Und, ist es dir leicht gefallen zu finden? Okay, probieren wir es aus, spielen wir es gemeinsam. Und... Und dann, am Abschluss kommt noch einmal der zweite Teil des A-Teils. Aber den kennen wir ja schon. Für diejenigen, die ein kleineres Instrument haben und die möglicherweise nicht dieses tiefe G finden, die können sich helfen, indem sie statt diesem tiefen G auf der Melodiesaite den Basston G mit der linken Hand spielen. Also... Und dann weiterspielen. Und jetzt schauen wir uns auch für den B-Teil die Begleitung an. Sie ist ebenfalls nur mit G- und C-Akkorden zu spielen, wobei jetzt innerhalb des Taktes die Akkorde wechseln. Also es ist dann... Es beginnt mit einer G-Begleitung und geht dann gleich auch auf C hinunter. Also... Ja, probieren wir es einmal gemeinsam mit der Metallgie. Ja, also Achtung! Am Schluss dieses Teils kommt dann zweimal C. Und erst dann wieder auf G. Also ansonsten ist immer abwechselnd G-C-G-C. Aber am Schluss kommt zweimal das C. Ja? Gut! Und dann probieren wir es gleich zusammen mit der rechten Hand. Und... 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 Und zweimal C. Und geschafft! Ja? Dann spielen wir beide das Stück einmal gemeinsam durch. Und... 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 Ja, gratuliere, dass du soweit gekommen bist. Ich hoffe du hast Freude an den Götterfunken, frei an dem Stück. Und wenn dir die Unterrichtslektion gefallen hat, dann freue ich mich über ein Thumbs Up oder einen Kommentar von dir. Vielleicht magst du auch meine Website lebenselixiermusik.at besuchen und dann bis auf ein nächstes Mal. Ciao!